Ja, wir sind sehr glücklich, dass heute endlich bekannt gegeben werden konnte, dass Dirk Beuchler zu unserem Team stößt. Wir sind seit November im ständigen Dialog, haben uns auch mehrfach jetzt schon getroffen. Im Dezember gab es die Sitzung mit dem Sportbeirat Heiner Brandt und Götz Zimmerbein mit uns beiden. Wir haben jetzt heute nach der WM die Trainerverpflichtung bekannt gegeben. Und ich glaube, wir finden jemanden, den ich auf der Bank mit vielen Emotionen, aber auch mit einer klaren Linie, der auch die Ausbildung junger Talente mit begleiten wird. Das ist aus der Vergangenheit bekannt und ich glaube, wir passen zwei sehr gut zusammen, weil da schlagen die gleichen Herzen demnächst für den VfL. Ja, ich bin sehr froh und sehr glücklich, hier in der Schwalber Arena zu sein, bei so einem Traditionsverein drei Jahre arbeiten zu dürfen. Die nächsten Jahre, ja, hier hat man perfekte Bedingungen. Ich freue mich auf die Mannschaft, ich freue mich auf die Zuschauer, auf eine volle Halle und dass wir alle zusammen richtig Gas geben.